Hallo, ich bin's, die Jenny Loges. Warum ich so hoch spreche? Man hat mir bei vollem Bewusstsein meine Eier abgeschnippelt. Ich bin sozusagen eine Mann-Frau. Ja, darum habe ich so eine hohe Stimme. Man hat mir alles abgeschnippelt, was eine Frau interessant findet. Das ist hart, oder? Ich wollte mit euch eigentlich heute über dieses hochmoderne Handy sprechen. Damit kann man Anrufe tätigen. Ja, ich rufe jetzt bei der örtlichen Polizei an. Es klingelt. Das ist ein gutes Zeichen. Örtliche Polizei, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Ich bin die Jenny Loges. Ich möchte gerne eine Anzeige erstatten. Wie? Anzeige? Telefonisch, oder was? Ja, man hat mir meine Eier bei vollem Bewusstsein abgeschnippelt. Darum heiße ich jetzt Jenny Loges. Wie abgeschnippelt? Drehen Sie nicht so viel Blödsinn? Wie meinen Sie, dass ich so nicht so viel Blödsinn reden? So, wie ich es gesagt habe. Das ist die Wahrheit? Nein. Man hat mir alles genommen, was einen richtigen Mann ausmacht. Bitte reden Sie vernünftig. Sie waren niemals ein richtiger Mann. Wie? Meinen Sie das? Ich soll vernünftig sprechen. Das ist meine normale Sprechstimme. Ich kann gar nicht anders sprechen. Ich lege jetzt auf. Wiederhören. Das ist eine Frechheit, Sondergleichen. Die örtliche Polizei hat einfach aufgelegt. Ich verstehe die Welt nicht mehr.